Die ganze Stadt Bremen wird staunen. Solche Musikanten wie uns muss man lange suchen. Ja, hoffentlich kommen wir nicht zu spät. Wieso zu spät? Nun, wenn sich schon andere Musikanten gemeldet haben, ob die Bremer uns dann überhaupt noch nehmen? Naja, wenn wir ihnen erzählen, was wir alles erlebt haben. Musik Musik Die Bremer sind ordentliche Leute. Ja, ja. Da bekommen wir bestimmt einen Orten. Vielleicht setzen sie uns ein Denkmal. Also los, beeilt euch. Was sitzen wir hier noch rum? Die Kinder warten schon lange auf die Bremer Stadtmusikanten. Halt mal. Wo müssen wir denn zuerst spielen? Ah ja, natürlich. Musik 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 Musik